herrlich und herzlich willkommen zur 24 folge von hard economic ton hier im american truck simulator mit den hard economic mod von klaas wir haben geladen fernsehgeräte 32.000 pounds das sind knapp über 14 ton und wir müssen hier von los angeles wir gucken kurz auf die karte oder jetzt zählt noch zu los angeles hier nach las vegas rüber ich habe so den eindruck wir fahren ziemlich viel hier im süden rum wenn ich hier san rafael frisco oakland das habe ich alles noch nicht aufgedeckt hier und nevada fehlt mir auch noch ganz schöner fleck homebrook hier alreca war noch gar nicht aber ich gucke einfach nur noch den ton dies meiste geld bringen es scheint eben hier unten überwiegend zu sein ja von der tour selbst her wir sind die strecke schon öfters gefahren ein paar mal nichts ändern und ja kennen wir auch den 100 ist unser unser track und original vanillatruck von scs ist das und ich habe gerade ich gehe mal hier kurz ins menü als ich hier die tour angenommen habe habe ich eine e mail gekriegt die unten seht ihr das habe ich noch gar nicht aufgemacht wir gucken mal jetzt zusammen rein denn das ist das hier benötigen sie geldmittel sehr geehrte damen und herren wir möchten ihnen mitteilen dass wir attraktive kredite für junge unternehmen anbieten nötigen sie eine finanzierung um ihr geschäft einen schub zu geben wenden sich bitte an uns bitte versuchen sie ihre örtliche bank für weitere informationen hoch achtungsvoll verkaufsmanager bank das heißt wir können jetzt kredite aufnehmen wir können schon mal hier rein gucken gucken bis 100.000 us dollar 7000 dollar haben wir selbst auf der hohen könnte ich würde sagen wir fahren erst mal die tour hier und anschließend gucken wir mal was wir dann hier machen können das war ja das was ich in der letzten folge sprich gestern angekündigt hatte keine gange anzeige der kampf aber sechs ist schluss ich musste jetzt hören deswegen war ich so ich musste jetzt hören wo wo schluss ist wo er nicht mehr zischt wo er keine gänge mehr annimmt das war in der sieben der fall das heißt wir haben acht gänge 6 6 gang grundgetriebe mit mit blüter die eigentliche drei gang grundgetriebe mit blüter und 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 range wo wollte ich also das ist ein trailer so aufgeregt hier weil ich jetzt einen eigenen kredit kriege ich weiß eben jetzt noch nicht so richtig was mal mit oder was man sich von hundert sieben tausend us dollar so recht kaufen soll oder die längste combo gehabt hier ist hier die den langen w900 von den 53 fuß trailer hier ich glaube länger geht es nicht also wenn man nicht gerade irgendwelche mutz hat mit irgendwelchen langen extra langen transporten noch also von ein vom standort her länger kann man nicht fahren hier so wir müssen jetzt hier unten rechts abbiegen ja ich weiß nicht was man so von von hunderttausend dollern sich so richtig kaufen kann der bietet ab der wieder nicht wir durften ja fahrenden frei wäre als grüner sowieso grün ja ich glaube fast dass wir mit unserem original schwarze dann nicht weit kommen aber wir haben wir noch die möglichkeit das wäre die möglichkeit trucks aus verschiedenen mods oder modz paketen mit ins boot zu holen im vergleich zu ziehen wir haben keinen retarder weil die modder die eigene trucks erstellen die legen ja die preise dafür fest und da könnten wir jetzt quasi gucken ob es da was gibt was günstiger ist wobei das und das 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 nicht wieder ausreden macht nicht gleich aus und so höh der cheater erst macht er hat ekonomik und dann sowas ich habe da natürlich hier auch noch drüber gedanken gemacht ob das nicht scheiterei wäre genauso wäre es schieterei die frage ist denke ich berechtigt wenn man hier schneller wie 20 meilen pro stunde den berg hoch kommt aber zurück zum thema ja klar wäre das dann irgendwie am thema vorbeigeschossen wenn ich mir jetzt mods hole wo billige lkw drin sind und wozu dann hard economic ich meine der hard economic ist ja trotzdem noch hard economic das schließt da jetzt nichts aus und um die ganze sache ein bisschen realistischer zu gestalten habe ich mir doch ruhig bin oder würde ich mir einen truck aussuchen der relativ alt ist den hier nicht vorhandenen gebrauchtwagen markt respektive den gebrauchte lkw markt oder im usa nennt man das dann usage trucks um den halt zu ersetzen mal gebrauchte lkw gibt es ja nun gar nicht im spiel leider gutes Und da würde ich dann mal gucken, ob es da was gibt. Natürlich dann schwierig, man müsste quasi einen Mod finden, wo man... Erstens halt, der Mod muss funktionieren. Zweitens muss der LKW auch schön umgesetzt sein. Also er muss jetzt nicht schön sein im Sinne von, der ist, den finde ich in der Realität schön. Aber er muss einfach schön umgesetzt sein, aus der Realität in das Spiel. Und er muss preislich eben dann auch irgendwo... Ja, erstens im Rahmen sein. Wieso fahre ich... Ich wollte gerade sagen, ich fahre ja hier 65 Meilen die Stunde. Das kommt von vielen Knetschen. Ja, 180 Dollar, geht weg. Was kriegen wir für die Tour hier? 300. Also sind es jetzt noch 120 Dollar, die wir Profit haben. Schade eigentlich. Sehr schade. Ich müsste vielleicht doch mal in den Nummer rein machen, um das zu vermeiden. Und... Und... Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, das sollte eben dann ein Truck sein, der eben halt alt ist. Vielleicht nicht unbedingt schön, im Sinne von, dass er schon in der Realität schön aussieht, aber... Und wenn er halt in der Realität hässlich ist, dann muss er eben auch so hässlich schön umgesetzt sein. Dann wisst ihr, wie ich das meine? Schwer zu erklären, aber... Eigentlich dick ist es nicht. Das sollen halt keine Bugs und keine Fehler in der Programmierung oder in der Skriptung des LKWs drin sein. Und dafür alles andere... Sag ich mal, da würde ich noch Abstriche machen. Ich meine, klar, wir müssen es doch mal so sehen. Wir sind ja quasi jetzt hier junge Unternehmer, wenn wir das bisschen ja... Das Rollenspiel ein bisschen aufgreifen. Wir sind ja junge Unternehmer. Wir sind quasi jetzt momentan Leiharbeiter, wenn wir so... Wir haben ja nichts. Wir rufen bei den Firmen an und sagen, hier ist was... Kann ich dir irgendwie aushelfen? Die sagen, ah, mein Fahrer ist gerade krank geworden oder der... Ist besoffen und kann nicht los, keine Ahnung. Und wir müssten jetzt halt... Oder wir sind in diesem speziellen Fall jetzt eingesprungen. Haben halt mal ganz schnell die Ladung... Übernommen hier, die von L.A. nach Vegas rüber soll. Und haben quasi den LKW samt Ladung übernommen. Unser Traum ist natürlich jetzt... Also unser erstes Ziel, unser erster... Oh Leute, was machst du denn mit dem Bus hier? Unser erstes Zwischenziel während unserer Karriere hier wäre jetzt halt... Die Anschaffung eines eigenen LKWs. Dass wir quasi dann... Ja selbstständig sind als Fahrer, als... Als festen Fahrer und nicht als Leiharbeiter oder... Wie auch immer das jetzt nennen will, dass wir hier machen. Ich denke mal, die Leiharbeit käme der ganzen Sache... Was schnelle Aufträge betrifft. Am nächsten... Ich dachte nicht, dass es wirklich irgendwo... Firmen gibt, die ihre... Ladung... Äh... Mit LKW da zur Verfügung stellen. Und die man da fahren muss. Das ist dann schon... Den Spediteuren überlassen. Oder den Transportteuren überlassen. Welches Fahrzeug sich da zu verwenden. Und... Ja, das wäre jetzt eigentlich unser Ziel. Einen günstigen LKW zu finden. Und ich denke mal, wenn man das jetzt mal in der Realität vergleicht... Ich weiß nicht, ob das so großer Anklang ist. Oder ob das wirklich so funktioniert. Dass ich da als erstes... Ist ja nun egal, ob USA oder Europa. Wir setzen uns einfach mal in die Lage. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Wir machen uns selbstständig. Als... Als... Ahmet... Einen... Und jetzt ist die Frage... Für uns natürlich als erstes... Äh... Brauchen wir LKW? Also... Karten wir uns einen LKW... Führerschein haben wir jetzt mal... Gern... describe ich jetzt mal... Und... Ich weiß nicht ob ich da wirklich dann bei... Bei Scania oder Mercedes anrufen würde. Und hier gleich erstmal ein... Äh... Konfigurieren würde. Der mir dann völlig neu... Und... Unverbraucht ausgeliefert wird. Für keine Ahnung... 150.000, 160.000 Euro oder von mir aus 160.000 US-Dollar. Weiß nicht, ob ich vielleicht da nicht auch erstmal den Schritt gehen würde, mir was Gebrauchtes zu holen. Wir müssen ja nicht gleich die letzte Karre aus dem Dreck ziehen, sage ich jetzt mal. Aber ich hole irgendwo was Gebrauchtes, was halt etwas günstiger ist. Und der Aspekt fehlt eben. Deshalb meine Idee, sich mal diverse Mods anzugucken. Wie gesagt, alles nur unter Vorbehalt des Realismus. Das heißt, es sollte schon preislich nicht nur günstig für uns sein, sondern auch wirklich realistisch. Ich würde mir jetzt keinen Mod-Ordner laden, wo es den W900 B oder KL, ach, als ich hier mit dem ganz langen Führerhaus, mit der ganz langen Kabine hinten, weil meine ich die Mods, die es da gibt, würde ich mir jetzt keinen Mod-Ordner laden mit dem Truck, dem es beim Truck-Dealer für 10.000 US-Dollar gibt oder so. Würde ich nicht machen. Könnte ich zwar machen, mache ich aber nicht, weil finde ich, finde ich doof. Ich habe mir nicht mein Geld so hart erarbeitet, um dann hier solche, Anführungsstrichen, Cheats anzuwenden. Ich finde, das ist dann ein bisschen am Thema vorbei, das ist dann, oder Thema Profil, wie man so schön sagt. So, ach, das wird die hessische Stoppstraße hier. Halt, vielleicht fast. Fast im Rückwärtsgang. Fast im Rückwärtsgang gewesen hier. So, ja, da will ich mich mal informieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es viel Sinn macht. Also ihr könnt gerne natürlich eure Kommentare dazu da lassen. Ich weiß aber nicht, inwiefern ich jetzt noch was aufnehmen und Vorlauf mache, weil ich würde schon relativ zügig dann den eigenen LKW kaufen, ob ihr das Video dann noch rechtzeitig seht und da wirklich aktiv Einfluss zu nehmen und eure Kommentare nicht beweisen. Denn wir können es natürlich gerne versuchen. Und wir können ja über alles reden. Und wenn ich es doch anders mache, wie ihr euch das gedacht habt, dann vielleicht kann man noch was rückwärts machen, oder was. Oder vielleicht kann ich auch dann sagen, okay, ich, ich, hol mir, ups, bleib stehen, hol mir einen neuen Speicherstand oder den alten Speicherstand wieder und gibt es hier die Möglichkeiten. Ups. Kann man ja alles machen, aber ich glaube, ich werde erst mal, zumindest erst mal nach einem schönen Mod suchen. Ich habe zwar schon einen in Aussicht, aber ich will trotzdem erst mal gucken, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. So, 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 sind züge juli angeblich düst und ich will es noch schaffen bei grün so geht es jetzt hier rein da ein bisschen rechts fahren wenn ich das hier so angucken ist es das noch müssen wir ja das kleine loch hier habe ich noch gesagt ihr längste zugmaschine im spiel längste längste auflieger ich glaube jetzt sowieso das war jetzt immer unbedingt absicht aber ich glaube es wir müssen es so machen und schicken pkw mal aufpassen ja es tut nämlich schon aber anders kommen wir gar nicht rein hier in das loch klappt mir das jetzt gerade ziehe wir wollen ja noch an den grünen punkt kommen nach möglichkeit genau was hupt denn der ruhig doch direkt mal aussteigen da stehen sie 15 ep bitte und jetzt ja fahren fahren wir so wie immer das layout und sich kennen wir ja hier die gute sie es geht es im spiegel das passt das passt nicht nie im leben ein nie im leben also ich kann jetzt probieren jetzt noch mal gerade zu ziehen und dann muss ich aufpassen ist das eine enge bude ich muss mal gucken wo die schweren autos stehen da hinten noch gut ich schiebe dann gegen verkehr es ist gewiss noch probieren hier ich weiß nicht ob es viel sinn macht wo man da hinten rum gedreht kriegen ich weiß es nicht ich glaube es nämlich nicht ist die blöde wurde botstein kann jetzt ist es blöde virtuelle symbole im weg ist es passt auch gerade gerade so vorbei jungen 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 ich glaube mich einer nicht kennt das jetzt zum ersten mal sieht uns ohne denjenigen das vielleicht ist jetzt zu nahe treten zu wollen keine ahnung hat von der ganzen lkw geschichte und wie ich hier rangehe an die sache klappt da wird jetzt der händler kopf zusammenschläge und dem alter es macht der pferd in die falsche richtung die srm weg das hat seine gründe hier weil über links rangieren geht immer besser weil ich mache es nach möglichkeit ausschließlich über die innen ansicht aber ich glaube das wird schon gar nix hier wird schon gar nix wenn er nicht eingeknickt ist hier kann man alles sehen rechts in spiegel gucken gerade jetzt wenn man jetzt hinterher lenken hier dann schwenkt der haube vorne aus dann könnte man hier hudelein kriegen mit den bgw's hudelein ist ostdeutsch heißt auf hochdeutsch schwierigkeiten nur so am rande jetzt so aufgefallen viel zu spät hinterher gelenkt das ist da manchmal so ein paar ostdeutsche brocken rausschmeiß wenn so lege kennen die begriffe überhaupt jeder hat man ja oft zu in anderen regionen von deutschland auch in bayern oder hessen oder württemberg was weiß ich wo gibt es überall so ein paar wörter oder aussprachen manchmal wird es auch einfach nur so dämlich ausgesprochen dass jemand der nicht aus der region kommt eben nichts damit anzufangen weiß ich glaube dass man jetzt noch das symbol weg hier ich sehe da nix die portstein könnte das war zu erwarten dass man die hier noch ein zwei mal mitnehmen aber das bringt nicht viel also fenster gucke das ist ein bisschen steiler einknicken könnte ich könnte mich nicht weiter rumlenken doch jetzt das wird nix das ist schon eine herausforderung hier das kann man so sagen der enge markt hier und dann noch die selbsterlegte auflage dass man nur mit in ansicht fährt und dann noch die tatsache dass man eigentlich immer zu spät einmengt das hängt das hängt eben auch mit der länge des aufliegers zusammen die länger da ist desto eher musst du deine lenkbewegung machen die du brauchst und wenn du ständig andere auflieger dran hast du ständig andere zugmaschinen von der länge her die palme stehen lassen dann ist das natürlich immer wieder eine ungewöhnung jedes mal muss man sich das neue sich überlegen tun und machen da sind wir nämlich fast schon zu spät dran um nicht zu sagen wir sind zu spät dran oh leute also ständig dass dass du rechtzeitig einlängst du musst gucken dass du aber auch auf der anderen seite nicht gegen die genauer fährst und jetzt so erstmal lassen könnten ja aber da ist gar nicht mehr so verkehrt jetzt hinterher 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 jawohl hier stehe ich sogar noch ein bisschen auf dem gas hier und dann komme ich irgendwie besser voran wir können das besser abschätzen wie also weiß ich die bereit auch !!!! ok klein wurud suchen aber trotzdem noch das zurückgerollt und von der leicht gegen die portstein kann der bekommen blöde das ist doof hier das ist echt doof sieht man mal erst zu spät dann gut so akzeptieren wir es jetzt einfach mal so akzeptieren wir es mal leiden ab wenn es euch gefallen hat auch wenn es einparken etwas länger gedauert hat wenn es euch trotzdem gefallen hat lasst doch ein Däumchen nach oben da schreibt mal was dazu zu eurer Meinung auch bei Mods und LKWs die etwas günstiger sind hier für den Hard-Economik mal was sagt ihr dazu so eine alternative für einen Gebrauchtwagenmarkt sprich ältere LKWs für günstigeres Geld wäre das was wo ihr sagt das ist wie Cheaten oder das ist doof das macht alles kaputt oder wäre das was wo ihr sagt jo das passt ganz gut rein das ist zur Thematik Realismus auf jeden Fall was schreibt eure Meinung wird mich interessieren ich gucke mal ob ich was schönes finde schon mal in der Weile und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei bis dahin fahrt schon rechts Grüße Leute macht's gut Ciao Grüße Leute Grüße Leute Grüße Leute